Hallo Leute, Dennis hier. Heute haben wir den 24. Dezember und ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme mir ein bisschen Zeit für meine Familie, sowie auch für meine Freunde. Deswegen wird jetzt erst wieder was am Wochenende kommen, an Livestreams. Ich wünsche allen eine frohe Weihnachtszeit und viel Spaß. Verbringt ganz viel Zeit bitte mit der Familie, ist ganz ganz wichtig Jungs. Und Mädels, tut es mir den Gefallen und viel Spaß. Genießt das Weihnachtsessen, sowie auch die schöne Zeit mit der Familie, weil Leute, ihr sitzt ab und zu nur einmal im Jahr mit der Familie zusammen an einem Tisch und isst gemütlich. Viel Spaß beim Geschenken. Ich hoffe natürlich, jeder von euch freut sich, jeder kriegt was Gutes geschenkt. Und das war es dann auch an meiner Stelle jetzt. Wie gesagt, ich wünsche euch allen eine frohe Weihnachtszeit und natürlich auch an die türkischen Freunde oder türkischen Zuschauer unter mir. Ja, falls ihr kein Weihnachten feiern solltet, wünsche ich euch trotzdem einen schönen Tag und wir hören uns dann im Endeffekt wieder Samstag oder am Freitag. Mal schauen. Viel Spaß und Merry Christmas.